Aha, danke für den Tipp. Guter Tipp. Wie wird die Promotellen vertragen, dass das jetzt ein Schaubstoffwürfel ist, das Gewichtkatastrophen ja nicht erkennen? Wenn der jetzt ein Stein denkt, der aussehen wie dieser Würfel. Ja genau, das würde er in dem Fall nicht unterscheiden können. Er weiß, dass nur dieser Würfel ist.